Jetzt ist die Füße. Hey, Füße. Ich weiß nicht, was? Ohr und Waage. Wie sehe ich? Gleich, gleich. Hat die Füße steckt. Das ist gut. Aufstehen. Und... ...hinter dem Weg. Hinter dem Weg. Umgruppieren. In die Hockebrimsel. Sofort in die Hockebrimsel. Dann würde ich mir noch wünschen, dass ich deine Füße löse und deine Füße setzen höre. Und noch sehe und höre. Jawoll. Dann würde ich mich noch unterreinrücken. Schlau nicht rein. Gut. Ausdruck für das nächste gleiche 20 Kilometer. Ausdruck für das nächste gleiche 20 Kilometer. Schau nicht. Schau nicht. Schau nicht. Schau nicht. Schau nicht zum Ausdruck. Machst du nur aus den Beinen... Hör da, die Füße setzen. Hör da! Und Gewicht sofort hinterher kommen! Scheiße, stehe schon langsam schwer. Schau nicht. Schau nicht. Es geht mir um den Sprung aus den Beinen und dann wird's schwer. Jetzt. Dann wieder, dass du wenigstens nach vorne schiebst. Genau. Sie gucken jetzt noch? Ja. Wenn du den Rücken da draufkommst, du musst nicht hier, da steht, aufkommst, dann du machst, explodiert! Wenn der Rücken da steht, du wurschst! Wir haben nicht am Schluss. 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 Jetzt geht's! Machst du nochmal fünf Sekunden? Und senken, senken, senken! Hipsen! Jawohl, so ist gut! Alles gut! Machst du nochmal fünf Sekunden? Was machst du? Was machst du da? Was machst du da? Was machst du da? Schau! Schau! Leer am Körper! Und ich höre immer keine Füße! Wir stehen am vollen Fuß! Und nicht tief! Ja, umhinken! ... und dann aufhinken! Und wieder hier! Wir haben alle hier hier! Ja, voll hier ist! Da motivieren wir, da sind viele da. Ach, machst du das? Das ist so das Grundlagen, klar! Das ist super! Und fest! Oh, sehr gut! Füße und beobacht! Ja, das ist ja nicht mal! Ja! Ah! Ich bin dran! Ja! Abwechslung In der Position müssen die Beine noch gut gegolten sein. Wenn ich mich schreckt, weil ich mich nicht mehr aus der Beine, muss ich ja eben nicht mehr aussehen. Ja, sehr gut. Ja, das machen wir ja jetzt noch. Umsetzen. So, jetzt ist es heute angekommen. Umsetzen vom Boden. So, jetzt ist es heute angekommen. 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 So, jetzt ist es heute angekommen.